Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Engram-Tag hier beim Titan ersten Schar. Mal schauen, was er gleich so bekommt. Und wie man sieht sieht man sieht bei dem Mulan sehr schick auf dem Rücken aus. Aber ich habe ja auch ein Ornament dafür gekriegt. Jetzt werde ich da nochmal ein kurzes Ornament reinmachen, einfach weil ich es kann. Wo ist denn? Da. Und zwar Hypno-Pompish. So, gucken wie das jetzt aussieht. Einfach mal so. So, löschen muss ich auch noch ein bisschen hier. Ja, wie gesagt, irgendwo vorbereitet wie immer. Aber nicht der andere, dass ich jetzt aktuell im Urlaub bin. Und ja, das alles voraufgenommen habe. Gleich am Anfang. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja was zu meinen Packen, ja. Beziehungsweise zu Encrypten. Dementsprechend zeige ich euch jetzt mal eben was gibt. Also hier sind schon mal 5 Legendäre, 3 Prototyp und 2 Sonnenwändler-Gramme. Und ich glaube man versteht das auch noch ein bisschen was. Ich sehe schon nach. Ja, ein bisschen ist da auch noch was. So, also 5 Sonnenwändler-Gramme. Ein Exo. Ich habe jetzt den Faden verloren. Wie viele waren das jetzt noch? Und 5 Prototyp in Gramme. Also gut wieder vollgestapelt alles. Ähm, und ähm, legendäre 5, 9, muss doch mal wieder gucken. 14. Ja. 14 legendäre 5 Sonnenwändler-Gramme. Ja, wer will die? Dann schauen wir doch mal was wir uns mitgebracht. Das werden bei Forsaken. So ist meine Info. So, jetzt holen wir erstmal die Länge der N-Gramme hier raus. Und hoffen wir noch ein Meisterwerk. Ähm, nein. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ein bisschen dezimiert wurde mit dem Meisterwerk. Äh, Sachen mit dem Drop. Kann alles sein. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. So, die kann ich... Ich hau jetzt einfach alles weg. Wie gesagt, ich brauche die Sachen nicht. Ich nehme jetzt einfach den Loot mit. Beziehungsweise den recycelten Loot hier. Meisterwerk. Äh, Waffenmeistermaterialien. Und natürlich hier schön einmal die, ähm, ja, äh, hier. Wie heißen das? Legendäre Brotstücke, Mann. So. Muss erst mal wieder klarkommen hier. So, 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 so. Loot, 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 loot. Ich sehe nach. Ich sehe nach. Genau. So, das kann auch direkt weg. So, in Gramme, in Gramme, in Gramme. Hat ungefähr wieder ein paar Wochen, ja, so anderthalb Wochen gedauert. Jetzt habe ich die Angaben wieder so voll. Hat eigentlich nicht geklappt. Ich habe auch, äh, die Einsatzgruppen mit der Augen eingesetzt. Und natürlich Kosmoshülle. Ich zeig mal kurz, wie gesagt, die Hülle hier. Die Geishülle ist für mich eigentlich am besten hier. Kosmoshülle, wie gesagt, alle EP-Gewinnungen sind um 10% erhöht. Wenn ihr dann noch das Einsatzgruppen mit der Augen drin habt, ich zeig es kurz mal eben. Damit ihr auch wisst, was ich meine. Äh, wo ist es denn? Du, 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 du. Seht ihr das? Ich bin gerade nicht da. Dann, äh, bekommt ihr immer mehr EP. Und das ist wirklich gut. Dann kriegt ihr auf jeden Fall gute Drops. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Moment. Wenn man Sonnenwenden und Sachen haben möchte und so, ja. Dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Keine Meisterwerk-Sachen. Keine Meisterwerk-Sachen. Das ist sehr famos. Sehr famos. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, was das soll. Aber ist vielleicht gerade mein Loot. Deswegen, äh, muss ich gleich mal bei Bungie anrufen oder so. Ähm. Mal gucken, was ich hier noch zerstückeln kann. Ich muss eigentlich mal was in den Tresor packen, weil irgendwie... Am besten ist es immer, wenn man irgendwo zwei, immer zwei, äh, Pätze frei hat im Inventar, damit das nicht alles immer in die Poststelle läuft. Deswegen muss ich mal eben kurz was in den Tresor packen. Sorry dafür, aber ich glaube ich, das kommt vielleicht ganz gut mal eben. So. Wir müssen uns rein stoppen, auch wenn das halt nicht viel bringt, wenn Forsaken anfängt, wie gesagt. Dann geht alles auf V-Level 600 hoch und dann ist es eigentlich zum Teil witzlos, ja. Aber zumindest kann man vielleicht eventuell ein paar Sachen hier verwenden, die vielleicht eventuell doch noch was bringen bei Forsaken. Wie gesagt, werden wir alles sehen. Äh, habe ich schon im anderen Video, glaube ich, gesagt. Und dementsprechend, äh, wird es das alles zeigen. Deswegen nicht zu viel weghauen, ja. Ein bisschen was im Tresor lagern. Vielleicht kann man ein paar Sachen noch gebrauchen zum Infundieren oder halt auch die Materialien rausziehen. Man weiß es ja noch nicht. Dementsprechend immer ein bisschen vorsichtig. Vielleicht immer nur die Hälfte ausgeben oder rauskloppen, ja. Und dann die Reste muss man sein lassen. Nicht alles mit beiden Händen ausgeben, sondern mit einer Hand. Dann muss man so. Und dann geht das auch. So. Ich zeig's mir mal kurz wieder. Ähm, Exogramm, ja. Kann man reingucken. Mit Dreieck, wie gesagt, alle fünf Minuten ändert sich das Inventar. Hat sich gerade geändert. So sieht's im Moment aus. Das kann prozentual höher droppen. Ist aber nicht gesagt, dass es wirklich droppt. Aber prozentual soll's dann, äh, mehr droppen, was da angezeigt wird. Angeblich. So. Oh. Ja. Gut. ACD Null Rückkopplungshindernis. Okay. Aber wie gesagt, alles Low Level. Ich find's wie gesagt immer noch kackendreist von Bungie, dass die seltenen Exogramme kein angelegtes Power Level haben. So wie man gerade ist. Das ist echt nervig. Find ich auch nicht lustig. Sag ich aber auch immer wieder. Okay. Aber wie gesagt. Null Rückkopplung. Gucken wir uns trotzdem mal kurz an. ACD Null Rückkopplungshindernis. Panzerhandschuhe. Erst aktiv. Kontaktverteidigungssystem. Nutz Kriegssatelliten. Rumpfmaterialien, um Vergeltungsangriffe zu speichern. Da haben wir hier einmal Wutleiter. Nahkampftreffer bauen Energie auf. Wenn ein Nahkampfangriff trifft, wird der eingehende Schaden reduziert und die Energie in einer vernichtenden Explosion freigesetzt. Da haben wir hier einmal Plaststrahlversteckungsmodifikation, dann hier einmal Ressortivmodifikation eingesetzt. Hier ist der Beschäftigungsmod und man kann ja auch mit Schädern rumspielen. Schädern? Nein, Ornamenten natürlich. Endlosschleife hab ich hier einmal. So sieht das normal aus. Auch schon ganz geil eigentlich. Und mit Endlosschleife kriegst du einfach eine andere Farbe. Aber, wie gesagt, besser als nichts. Kann aber weg. Hab ich hier gerade schon welche in den Tresor gepackt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den Schmuckstürmen, Prototyp-Angramme und natürlich die Sonnenbänden-Angramme. Ich hoffe, da kommt wieder was Schönes raus. Wenn nicht, schade, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und so, wisst ihr. Erhalten. Es ist immer schön dich zu sehen, Peter. So, wie man sieht, vollgepackt mit tollen Sachen. Die das Leben schöner machen und so. Wisst ihr ja, die Slogan. Ja, so sieht's aus. Schöne Farben, schön sortiert. Ich mach erst die Prototyp-Angramme auf. Das erste Mal jetzt erst mal an. Äh, auch. So, Flotten. SK-X irgendwas. I-X. Magnus Gloss Shader. Nicht so schön. Auf jeden Fall schon mal Mist. Olbuns Spahn. Okay, den hab ich noch nicht gehabt. Das ist neu. Das ist schon gut. Das ist neues Exoshift. Das ist schon mal super. Ja. Dann haben wir hier Seelenkarn. Okay. Kagulo Borste. Shader. Ja, einiges waren dann schon wieder eine Poststelle. Und dann hier fallen Scouter E-5D. Ja. Und Teleport-Effekt auch nicht so gut. Wie gesagt, die meisten Sachen werde ich dann einfach auch recyceln. Und einfach den Glanzstoff rausziehen. Flugkaplan und so auch. Ja, das braucht man alles nicht. Das ist alles unwichtig. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Engrammen. Für mich hier zumindest. Weil es ist ja eventbedingt nur bis zum 28. August ziehbar. So. Okay. Akkus Beinschutzkonyen einmal. Und äh. Dominos Girl-Effekte. Okay. Teleport-Effekt. Ah ja. Okay. Alliterationstanz. War es richtig gelesen? Ich hoffe schon. Okay. Und Komate Shader. Dann Akkus KI Gegenstandsglühen. Okay. Akkus würde ich ja nicht gerne tragen. Na gut. Besser als nix. Äh. Es ist drin. Es hieß drin. Schwunghöhle. Komischen Namen immer. So. Letzten Gramm. Nichts Tolles gekriegt bis jetzt. Bam. Okay. Rasenheit. Lepos einmal. Waffenornament für die Yadahase glaube ich. Okay. Eingermaßen gab es sowas. Wie gesagt. Immer erst bis zum Ende spielen. Also immer wenn Dienstag der Reset kommt. 19 Uhr mal. Bis dahin. Die probieren so viel Sonnenwenden ein Grammar zu öffnen wie geht. Dann das kaufen was ihr vielleicht euch unbedingt kaufen möchtet. Also was euch sozusagen in eurer Sammlung fehlen. Wo ihr geil drauf seid. Vorher nicht kaufen lohnt es sich nicht. Erstmal den Grammar packen so wie ich das hier mache. Und dann mal gucken was kommt. Aber wie gesagt. Äh. Die meisten Sachen habe ich schon. Das einzige was mich noch interessiert. Was ich nicht weiß ob ich es kaufe oder nicht. Ja. Ist hier. Weil ich zeig es kurz. Der Sparrow hier. Schwarze Rasierklinge. 2500 Landstaub. Das Ding sieht ziemlich geil aus. Finde ich. Und dann muss ich mir mal überlegen ob ich es mal kaufe oder nicht. Das will ich mir noch überlegen. Weiß noch nicht genau. Das weiß ich noch nicht genau. So. Achso. Neue Sachen jetzt mal angucken. So. Wir sind hier rein gefluppt. So. Die Teleport Effekte kann ich eigentlich direkt wieder recyceln. Die kann ich direkt wieder weg. Die brauche ich nicht. Wie gesagt. Habe ich den Landstaub mit raus hier. Das Schiff hier. Gucken wir uns kurz an. Fallen. Scouter E5D Schiff. Für alles bereit. Außer Treibsand. Sieht ganz nett aus. Brauche ich nicht. Ich komme direkt auch in den Recycler. Nehme ich Glanzstaub mit. Da kann ich mir gleich noch ein paar Sachen kaufen. Wie gesagt. Ist noch ein bisschen lohnenswerter. Die Sachen können auch alle weg. Der Sparrow war jetzt auch nicht so gut. Fluggekappt. Klar. Das Fortmittel. Der Hütte fliehende Seelen. Sieht auch nicht ganz so toll aus. Wie gesagt. Kriegt dann ungefähr 100 Glanzstaub. Glaub ich. Kommt wohin. Ja. Dominos Gaul Effekte. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Jetzt mittlerweile. Ist ganz okay. Recycle ich auch mal. Und gucken was rauskommt. Neun Uhr. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Akkus Bein glühen. Werde ich auch recyceln. Akkus trage ich nicht. Oder vielleicht doch. Ich bin mir unsicher. Ob ich die jetzt weg machen soll. Oder nicht. Naja. Machen wir erstmal den Akkusedefaktor weg. Hier. Ist auch. So. Dann Rasener Leepost. Hier veränderte mit diesem Waffenornament. Das Aussehen von Yadahase. Mal gucken wie der dann aussieht. Schön rot. Okay. Das kann ich direkt da weg machen. Wie gesagt. Das ist trotzdem im Inventar. Geht nicht verloren. Oder so. So. Mal kurz mal angucken. Was hier noch so reingeflubbelt ist. Äh. Die Hülle hier. Citrinschwunghülle. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Geishülle für Geister die geheime Sprachen kennen. Äh. Sieht ganz nett aus. Brauche ich aber auch nicht. Kann auch direkt wieder weg. Ich weiß nicht. Ich werde. Ich hau hier sehr viel weg. Aber. Ist es halt nun mal so. Ich nehme lieber den Glanzstock mit. So. Den Sparrow hier. Was soll's. Äh. Seelenkahn. Transmobilmittel. Besitzer von Herz und Verstand. Ob es ihnen gefällt oder nicht. Sieht nicht. Ja. Geht eingemassen. Von. Diese Rasierklicke mag ich nicht so. Deswegen kann das Ding auch direkt weg. Mal gucken was da ein Glanzstock rauskommt. Aha. Okay. Alles klar. Dann haben wir hier noch Flotten. SK irgendwas. Gucken wir uns auch mal kurz an. Schiff. Ein schneller Freund einer weit verbreiteten Familie. Ja. Auch nichts besonderes. Sieht aus wie den Tankkappen. Wollen wir. Und dann habe ich das Exoschiff hier noch gekriegt. Das sieht aus wie ein Modellfunktion. Das Exoschiff übrigens. Das hier. Holborns Spahn. Schiff. Dieses Schiff hat einige seltsame Dinge auf Phobos erlebt. Geplante und ungeplante. Okay. Wie gesagt. Ist das nicht so. Der Hit ja. Aber ist zumindest ein Exoschiff. Werde ich noch behalten. Solange ich nur Platz hab. Und sonst packen wir Sachen in den Tresor. Da haben wir hier noch ein paar Tänze gekriegt. Wird jetzt wieder ein bisschen rumruckeln hier leider. Oder einen Tanz haben wir hier gekriegt. Einmal hier. Alliterationstanz. Mann. Was ist denn das für ein Tanz ey. So. Erstmal. Vorschau probieren hinzukommen. Wie das ruckelt hier immer. Okay. Reimemonster. Okay. Mehr macht er also nicht. Achso doch. Er dreht sich. Okay. Naja. Nicht so spannend wie ich dachte. Aber besser als nicht sag ich immer. Ist schon okay. So. Dann die beiden Dinger hier. Muss ich auch noch mal kurz aussortieren. Wie gesagt. Da ist wieder viel aufgelaufen hier. Lässt noch irgendwas was ich noch gebrauchen kann. Den kann ich nicht. So. Mal kurz weg hier. Die Mods behalten die auch erstmal. So viele wie es geht. Wenn ich mal einen Glimmer voll habe. Dann hole ich mal Mods. So. Dann mal gucken hier. Feiß Gift Schimmer kann weg. Da hole ich mal den Glanzstoff raus. Ein bisschen sortieren muss ich leider hier. Karagulu Borste. Wie sieht das denn aus? Gucken wie man aussieht wenn man alle hätte. Oh. Okay. Das behalte ich noch. Da steht ein Shader. Der sieht ganz okay aus. Ich habe eine rote Leidenschaft. Das sieht glaube ich nicht so gut aus oder? Hä? Hm. Okay. Werde ich vielleicht doch noch behalten. Ich weiß ja gerade nicht was ich hier noch recyceln soll. Dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Weil ich brauche Platz. Naja. Aber das muss ich dann irgendwann anders machen. Ist halt nicht noch nicht stablbar löschbar leider. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann ja auch nicht alle Sachen hier mitnehmen. Oder vielleicht doch. Naja. Akku-Screen ist da Solar-Grün gerade drin. Wie man sieht hier. Und jetzt habe ich mich entschieden. Ich kaufe jetzt doch nochmal kurz den Sparrow. Nachher vergesse ich es noch. Ich kaufe den jetzt einfach. Komm. Ich hole 2500 Glamour raus. Was soll's. Zack. Achso. Ein bisschen gedrückt halten muss ich natürlich auch noch. Ich fülle den Sparrow ab. So. Schwarzlicht Rasierklinge. Sieht ziemlich nice aus der Sparrow wie gesagt. Mir gefällt er sehr gut. Dementsprechend jetzt gekauft. Habe ich jetzt drinnen. So. Mit harmonisiertem Zwillings-Impuls-Motoren versehen. Die für gleißende Angriffe sorgen. Da haben wir hier nämlich noch Teleport-Vorlader. Erhöhte Teleport-Geschwindigkeit. Sieht ganz nice aus wie gesagt. Sieht echt nett aus. Ja. Das war jetzt mein Angram-Tag. Als nächstes wird dann hier noch die Meilensteine ausgepackt. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Wie gesagt. Ich bin gerade eigentlich im Urlaub wenn alles gut gegangen ist. War last minute. Wenn das dann auch alles geklappt hat. Aber ich habe vorher noch ein bisschen was aufgenommen. Weil es ist ja trotzdem interessant was ich aufmache hier. Es gab auch genug Loot. Ich habe noch genug vorher gespielt. Dementsprechend würde ich sagen es ist okay. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Rit hier auf diesem Channel. Viel Spaß noch. Weil wir mit Destiny 2 machen und hoffentlich auch guten Loot. Und bis demnächst. Tschüss.